Hallo ihr Lieben zu Korn-Dos Museum mit dem Dodge Charger SRT Hellcat hier ganz kurz die Einstellungen. So geht es ins Rennen zum American Clubman Cup in Daytona. Vier Ründchen mit anschließendem Replay. Wenn es euch gefällt oder ich euch mit den Einstellungen ein bisschen helfen konnte, lasst mir gerne einen Like da. Ich freue mich dann immer. Zum Rennen. Untertitelung. BR 2018 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 Da ist es aber nicht so schön. Im Moment kann man locker und schnell die Strecke fahren. Ein paar Credits zusammen. Wobei es natürlich auch bessere Strecke gibt. Es gibt ja leider nur 30.000. Ihr Lieben danke fürs Reinschauen. Viel Spaß jetzt bei MyPlay. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Rennen. Bye Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. possibility bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.